So Jungs, aber dann warte es mal ab, was dieser alte Herr hier jetzt zu bieten hat. Er klingt so scheiße. Er klingt so scheiße. Warte mal, ich gehe mal kurz aus der Party und komme wieder rein, weil ich höre, ich komme... Ja, mach mal. Pascal ist kein Sub mehr. Das heißt, ihr dreht mir jetzt schon den Rücken zu. Ihr sagt auch, ich bin bei YouTube jetzt richtig erfolgreich, dann gönnt ihr mir bei Twitch gar nicht mehr. Und Keks haut auch noch 100 Bits raus. Kappa 100. Vielen, vielen Dank, Digi. Sorry, Junge, mein Geld ist so anderer Sache. Koks und Nucken. Pascal, dass du und YouTube auf Kriegsfuß stehen, das weiß ich. Du stehst ungefähr so auf Kriegsfuß damit, wie Activision mit einem vernünftigen, bezahlbaren Schwarzmarkt. Der von Keks zählt dazu. Das heißt, den haben wir schon. Weihnachten! 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 Oh, ja. Weihnachten! Weihnachten! Hier ist irgendwo ein Taktikeinstieg oder so. Er hat ein... Oh nein. Oh nein, Alter. Jetzt passt auf, Leute. Heftiger Feed kommt jetzt. Ich muss nur einmal nachladen. Jetzt. Eins. Kein getroffen. Kein getroffen. Okay. Doch nicht. Ich brauche eine MK-Variante. Hängt mir da noch 8 Subs und ich kaufe mir eine Waffenkiste oder ich kriege sie so. Das sind die Optionen, die wir haben. Das ist was Doppeltes. Reroll. Noch eine andere Scheiße. So, öffnen. Alter, ich krieg doppelte Sachen. Äh. What the fuck? Danke. Ha, gibt's auch ein Abo wieder. What the fuck? So ist es jetzt. Tschüss. Ja, komm. Ha, 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 Pascal, Alter. Pascal schenkt das erste Sub für Apex Pro Community. Pasi schenkt das zweite Sub an Alex. Das dritte geht an Holzklotz. Das vierte geht an Luke. Und das fünfte geht an 0x2f7c37. Erster Monat für Klotz, für Apex und für 0x2. Holzklotz habe ich letztes Mal übrigens schon einen geschenkt. Fünfter Monat für Luki. Zweiter Monat für Alex. Pascal, Digi, das sollst du nicht machen. Ich hab dir das gesagt. Vor allen Dingen habe ich jetzt das Gefühl, dass ich wirklich was mit dem LKW machen muss, was nicht anständig ist. Digga, sind das viele hier, Alter. Jetzt gibt es erstmal ein Hole in One. Oh, die sitzt. Oh mein Gott, sind das viele, Alter. Weihnachten. Oh, yes. Haben wir einen Crash? Alter, sieht das. Ich brauche Hilfe. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Ich hab drei Schuss. Oh mein Gott, guckt auf die Karte. Digga, was ist hier los? Oh mein Gott, kurz konzentrieren. Einer ist da oben. Hole in one. Was ne Granate, Alter. Was ne Granate. Oh, yes. Ich, nein. Tempest. Nein, nein, nein. Drohengeschwader. Oh mein Gott. Danke. Oh mein Gott, Leute. Live Nuke. Ich hab so Schiss vor dem Sniper da oben. Oh, ne. Ich guck nicht wieder um die Ecke. Das hab ich letztes Mal schon gemacht und dann kam der Sniper. Hier hab ich drei Schuss. Das ist auch für den Arsch. Oh oh. Oh oh. Nein. Nein, ich werd gesniped. Ich werd auch gesniped auf 15. Mit nem Granatwerfer in der Hand. Ja. Aber Shepi, du hast nur 6 Kills mehr. Was heißt hier nur? Ah. Gott sei Dank ist es nicht der Ruin. Gott sei Dank ist es nicht der Ruin. Und jetzt, Leute, seht ihr Shepi in Sniping-Action. Jetzt passt mal auf. Von dem... Okay, warte. Jetzt schon ne Raucherpause. Ja, waren 4-5 Hunden so. Komm. Todes-Aim. Wenn ihr mich fragt, niemals. Nur mit der Saug, ohne Spezialisten? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Kommt euch wieder, Jungs. Glaube ich nicht. Okay, Shepi. Ich hab jetzt ein gutes... Jetzt kommt's, Leute. Jetzt sagt er mir, wie er seine Wettschulden zahlt. Ne, ne, was heißt hier wie? Achso, ob überhaupt. Okay. Der Trick war ja, dass ich dir... Ne, 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 ne. Das war jetzt so nicht gemeint, aber... Ich soll dir Subs mit Jim's... Das war ne Idee. Ja, die Klicks sind extrem. Ihr müsstet mich bedenken. Da ist ja mein Aim wieder. Ich hab's gefunden. Oh, ist leer. Nein, ich bin geflasht. Ich bin doppelt geflasht. Was? Oh mein Gott, alter.